Dieser Job ist nicht für jeden geeignet. Wegen der Arbeitszeit? Die einzigen Kollegen sind Leichen. Ich komme damit klar. Willkommen im Team. Ich habe hier was Gruseliges für dich. Ihr Name ist Hannah Grace. Ihre Familie hat bei ihr einen Exorzismus durchgeführt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Stopp! Sie ist dabei gestorben. Du weißt doch, was man sagt. Wenn ein Exorzismus nicht abgeschlossen wurde, sucht sich das Böse eine neue Hülle. Ich glaube, wenn man tot ist, ist man tot. Ende der Geschichte. Wenn man tot ist, ist man tot. 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 Ende der Geschichte. Hallo? Hallo? Wauw! ARD Text im Auftrag von Funk